Hallo meine Lieben, ich habe heute mein drittes Schmuckvideo für euch und zwar habe ich euch jetzt gezeigt, wie ihr Ohrringe selber basteln könnt. Ich habe euch gezeigt, wie ihr Armbäller selber basteln könnt und ich dachte als drittes zeige ich euch einfach, wie ihr ein wunderschönes Armband basteln könnt. Und da habe ich mich für so ein schönes Perlenarmband entschieden. Das könnt ihr natürlich, also ihr könnt da natürlich variieren in den Perlen, die ihr benutzt oder was auch immer ihr da aufhedeln möchtet. Und ich würde sagen, das Armband ist bis jetzt auf jeden Fall das einfachste Schmuckvideo und es macht wirklich super viel Spaß. Und wenn ihr das auch noch sehen möchtet, dann bleibt doch bitte einfach dran und viel Spaß beim Zuschauen. Hierfür benötigt ihr eine kleine Bastelschere und natürlich eine Menge an verschiedenen Perlen. Das ist natürlich komplett geschmacksabhängig. Ich habe hier so kleine lila Perlen, die zeige ich gleich auch nochmal was näher und genauer und so kleine durchsichtige. Und ihr braucht so ein Gummiband und zwar ist das sehr praktisch, denn dann benötigt ihr keinen Verschluss und könnt die Größe optimal abmessen. Meine ganzen Materialien habe ich in Ebay bestellt und ja, dann kann es auch schon losgehen. So, jetzt seht ihr die Perlen nochmal genauer. Die sind so anthrazitfarbig und glänzenstark. Das sind so kleine ovale Plättchen und hier, die sind so ein bisschen olivförmig. Und ja, das sind die kristallfarbenen. Ihr beginnt jetzt damit, indem ihr euer Gummiband abmesst und hierfür wickelt ihr das am besten um euer Handgelenk. Und zwar fasst ihr das einfach hier fest und jetzt wickelt ihr das einfach zweimal locker um euer Handgelenk und nehmt es wieder hier zwischen eure Finger und dann schneidet ihr es ab. Und jetzt, damit eure ganzen Kugeln gleich beim Aufwädeln nicht rausrutschen, macht ihr an einem Ende ein paar Knoten rein. Die müsst ihr gar nicht so feste ziehen, einfach, dass das ein ganz dicker Knoten am Ende ist. So, ich mache hier jetzt mal so drei Knoten rein. Das sollte reichen. Die Löcher meiner Kugeln sind auf keinen Fall so breit. Und jetzt beginnt ihr einfach eure Kugeln aufzufädeln. Und zwar wechsel ich mich immer ab. Ich nehme erst so eine. Dann kommt eine kristallfarbene Perle. Und jetzt kommt hier so eine platte Perle. Ja, und jetzt fädelt ihr einfach eure Kugeln auf, bis das Armband lang genug ist, damit es um euer Handgelenk passt. Das müsst ihr dann einfach mal ab und zu abmessen. Aber ich gehe davon aus, dass wenn ihr normal große Perlen nehmt, dass ihr mindestens 14 bis 18 Perlen benötigt. So, ich habe jetzt 15 Perlen aufgefädelt. Ich habe es um mein Handgelenk abgemessen. Es hat die richtige Länge. Und jetzt schiebt ihr eure ganzen Perlen ein bisschen von eurem Knoten, den ihr eben gemacht habt, weg. Und jetzt nehmt ihr einfach eure beiden Enden zusammen. Und jetzt passt wirklich gut auf, denn mir ist es schon oft passiert, dass die Perlen jetzt beim Zugknoten alle rausrutschen. Also haltet wirklich gut das Band fest. Und jetzt knotet ihr einfach die beiden Enden zusammen. Zieht das Gummiband nicht stramm, sondern einfach nur, bis die Perlen sich berühren. Und macht mindestens einen Doppelknoten rein. Ha, das ist gut gegangen. So, ich mache jetzt noch einen dritten Knoten rein, damit es auch wirklich gut hält. Also man kann das auch wirklich dolle ziehen. Das ist ganz stabil, dieses Gummiband. Und jetzt zieht ihr das so ein bisschen von den Perlen weg und schneidet eure Enden leicht vom Knoten entfernt ab. Und fertig ist euer Armband. Das war es auch schon mit meinem Schmuck-Tutorial für euch. Es geht wirklich super schnell und ihr könnt da wirklich ganz viele wunderschöne Armbänder draus zaubern. Ich hoffe, das Video und das Armband haben euch gefallen. Und wenn ja, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, macht ein nettes Kommentar. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! 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 Vielen Dank.